Wunderbar, die haben wir im Kasten. Vielen Dank, Gaby. So, hier ist deine Gage. Das weiße Gold, zumindest in aktuellen Zeiten. Liebe TGIF-Trash-Goddessin-Film-Fans, liebe Cineastinnen und Cineasten, wir haben uns schweren Herzens entschieden, auch die TGIF im Mai abzusagen. Wir sehen uns hoffentlich alle nach überstandener Krise dann am ersten Freitag im Monat hier in der AHA zur TGIF wieder. Das gesamte TGIF-Team, unser Techniker und Grafiker Mike, Sandra Polipolto mit dem lesbischen Blick, unsere Literatunte Gerd und meine langjährigen Freundin, engsten Freundin und Moderationskollegin Maria Sternchen und Katharine. Und ich sage euch, bleibt gesund, achtet aufeinander, helft einander, wo es notwendig ist und tut uns allen einen Gefallen. Und ich meine nicht nur Klopapier, hamstert nicht unnötig Dinge, die ihr nicht wirklich braucht. Und wenn ihr schon gehamstert habt, fragt mal in eurer Nachbarschaft bei Freunden rum, wer eventuell noch Klopapier braucht. Bis dann.